hallo ihr lieben ich dachte mir ich zeig mal wieder eine technik mit designpapier das ist jetzt zum beispiel ein designpapier was so beschichtet ist und war sehr lustig habe meine lampe eingeschaltet und dachte mir ich glaube ich arbeite heute ohne lampe weil es so schicht ist das tatsächlich spiegelt so das ist immer ein papier auf dem es schwierig ist zu embossen das ist neu ein ps mitten ins video rein ich habe gerade beim zusammenschneiden gemerkt dass ich auf der einen seite unsinn geredet habe und auf der anderen seite ist nicht weiter erläutert habe ich sage dass es auf diesem papier schwierig ist zu embossen das meinte ich gar nicht so ich meinte es ist schwierig auf diesem papier zu stempeln einmal in dem fall weil es so dunkel ist dann wird es natürlich spannend darauf zu stempeln dann ist dieses beschichtete papier da verwischt einen der stempel also dem muss man eigentlich embossen oder mit einem archiv stempel kissen arbeiten um überhaupt darauf arbeiten zu können und beim embossen wiederum muss man gucken wie sehr ist es beschichtet wenn es nämlich so krass beschichtet ist dann kann es durchaus auch mal sein dass es einem die oberfläche quasi davon schmilzt also passiert probiert das am besten auf irgendeinem kleinen reststück aus was sie welches ihr abgeschnitten oder was ihr ausgestanzt habt und dann könnt ihr darauf testen und wenn es gut funktioniert wunderbar ansonsten wie gesagt so ein stark gemustertes papier da lohnt es sich eher oder macht es mehr sinn mit einem fähnchen zu arbeiten oder in irgendeiner form einen gruß aufzukleben und nicht auf dem bunten papier selbst zu arbeiten das als kleinen einschub und weiter geht es mit der karte aber sowieso ist ja so ein papier wunderschön aber es ist halt schwierig wie was mache ich damit und das zeige ich euch heute zeige euch heute ein kärtchen wir haben man daraus recht schnell ich bin selbst gespannt wie lange das video wird recht schnell und simpel ein niedliches kärtchen basteln kann muss kurz darüber nachdenken welche maße ich schneide noch mal 13,12 das wollte ich gar nicht ich wollte schon 13,9 machen 13,9 kurz nachgedacht ja mal 9,6 ein bisschen was ab dann ist die kante sauberer mal 9,6 und jetzt stand sich dort einen wellenkreis aus und wenn ihr habt ganz wunderbar dann nehmt ich nehme euch jetzt mal näher ran dann wenn ihr habt dann nehmt gerne eure schneidemaschine ich glaube aber dass es weiter verbreitet ist dass die leute stand sehr haben oder sagt mir das doch bitte einmal wer von euch hat eine stanze und präge maschine und wer von euch hat eher stanze dann kann ich dann darauf entsprechend rücksicht nehmen wobei ihr glaube ich auch selbst das entsprechend anpassen könnt also wenn ich jetzt hier mit ein loch rein stanze ist klar dass ihr das natürlich auch selbstverständlich anders machen könntet ich überlege gerade hierhin möchte ich stanzen ja auch wenn da gerade sehr viele herzchen sind was ich gerade ein bisschen schade finde das macht aber nix die kleben wir gleich einfach innen rein dann passt das wieder ich stanze einfach einmal aus und nehme mir jetzt ein farblich passendes papier und da habe ich mir das hier ausgesucht das ist so zu gülden ein wenig aber nicht zu krass und auch jetzt gar nicht so viel ich nutze mich markiere mir das gerade einmal stift also ich möchte das dahinter setzen das heißt wenn ich hier schneide und ihr schneide kann auch die andere ecke nehmen also nicht hier schneide reicht das eigentlich jetzt überlege ich gerade wie ich es mache ich mache das anders also ich habe das soll zwar markiert aber ich mache mir noch eine andere markierung und zwar markiere ich mir mal gerade so jeden zweiten bogen also sollte ich auf der rückseite machen mache ich das auf der rückseite ja ich mache auf der rückseite besser ist das auf der rückseite markiere ich mir jeden zweiten bogen also so ungefähr ich habe jetzt einfach keine lust zu viel zu machen es geht auch nur um die orientierung es muss gar nicht ganz genau sein nur dass ich ungefähr weiß wo mein wellenkreis stanzer ist und jetzt nehme ich mir einen ein bisschen kleineren kreis stanzer und stanze da mehr oder weniger mittig es muss nicht perfekt sein meinen kreis aus na ihr seht das ist nicht perfekt ist aber glücklicherweise hier auch gar nicht so wichtig wenn ihr die technik so macht wie ich sie gerade beschreibe dann schneiden wir grob das einmal aus und können es jetzt dahinter kleben muss man einmal das wegradieren was ich eben auf der vorderseite markiert hatte das war nicht so pfiffig ihr nehmt einfach direkt die rückseite und jetzt kann ich das einfach dahinter kleben und habe noch mal so einen kleinen rahmen schau mal da habe ich sogar schon zu viel rand da kann ich aber einfach noch ein bisschen was abschneiden dann passt das hoffe ich ja das gebe ich jetzt einfach einmal dahinter ich wollte gerade sagen wo ist meine klebe hin jetzt kommen wir eigentlich erst zum spannenden teil bis hier das ist eigentlich recht unspektakulär jetzt kommt das ganze auf die karte auf die es soll und ich möchte es auf diese karte kleben und jetzt muss ich mir wieder eine zeichnung machen diesmal tatsächlich auf der vorderseite damit ich weiß wo mein kreis gleich landen wird also ich habe das ungefähr mittig ausgerichtet so wie ich das ja auch gleich aufkleben werde und habe dann den kreis gezogen und dort stempel ich jetzt rein und zwar habe ich mir diesen putzigen stempel ausgesucht und nehme mein archiv stempel kissen von color box weil ich es gleich ausmalen möchte mit wasser und wenn man das machen möchte dann bietet es sich an entweder archivtinte zu nehmen oder aber ihr nehmt wie heißt es dieses die ink ist das trockene und das andere pigment ink das war die der name den ich suchte wenn ihr mit pigmentfarbe arbeitet dann solltet ihr embossen denn das ist auch eine gute möglichkeit dann habt ihr auch einen schönen rahmen für die koloration so ich habe jetzt meinen stempel ein und ich möchte ihn jetzt so platzieren dass dieser hund aus diesem guckloch aus guckt hoch das hoffe ich habe ich gerade schon aufgesetzt gehabt gerade gucken ob ich verwackelt bin passt dann kann ich jetzt einmal das wieder weg radieren traue ich mich jetzt schon ja hier kann ich auf jeden fall schon da habe ich ja nicht gestempelt ansonsten ist diese archiv stempel tinte tatsächlich sehr sehr schnell trocken das ist sehr praktisch ja ich kann auch schon so und dann nehme ich mir meine aquarell wasser aquarell buntstifte die wasservermalbar sind und ich hatte mir schon einen zurecht gelegt doch einfach gehen und male mein hund nach stünden aus ich würde einmal ein pinkes näschen machen ich male also außenrum das pink und vermahle das einmal ein bisschen drücken dass ein bisschen farbe kommt nicht sehr pink geworden gerade noch mal ein bisschen nach pinken das ist ein bisschen deutlicher zu sehen ist das habe ich schon meinen rand hinaus gemacht das macht aber nichts dann haben wir hier ein schleifen da setzen auf jeden fall auch ein fahrter farbakzent und es bietet sich ja durchaus an mit den farben zu arbeiten die wir hier auch haben das heißt ich nehme einfach mal ein lila und macht damit die schleife ich mache wieder am rand und vermahle dass das ist einfach so ein bisschen weiche ausläuft dann hat der bär hier so ein flicken den machen wir doch mal in hellblau ihr könnt übrigens lustiger weise weil das ja gleich nicht zu sehen weinen wird hier die farben sogar ausprobieren dann packe ich also hier hellblau hin wieder nur auf die hälfte den rest vermahle ich ihr könnt auch zwischendurch den pinsel hier sauber machen und den knopf in der mitte machen wir dann in diesem rung sturm und den hund machen wir aber ich denke braun und da können wir jetzt so ein bisschen spielen weil der muss ja der kann ja fleckig sein dieser hund kann einfach verschiedene braun töne haben das heißt ich mal jetzt hier am rand mein braun auf ich habe noch mehr braun töne hier drin das ist aber schon weinrot deswegen immer ausprobieren aber außerhalb des kreises das ist schon eher braun ist aber auch mehr weinrot dann habe ich nur zwei braun töne das ist das dunkelbraun das ist schon schwarz ja das ist noch ein braun ton ist gleich selbst gespannt wie das so klappt mit dem vermalen so richtig viel kolorieren mache ich ja auch nicht ach so jetzt kann ich habe ich gar nicht darauf geachtet bis wohin ich überhaupt malen brauche bis wohin denn das kleine hundi zu sehen ist ich mache jetzt einfach mal lieber zu viel als zu wenig das lassen wir sogar weiß das auge dann nehmen wir den wassertank pinsel und vermahlen das nach innen dass man so ein bisschen fließende übergänge hat gegebenenfalls zwischendurch den pinsel einmal quasi sauber machen indem ihn so aus streicht und ansonsten könnt ihr das so ausmalen sieht doch schon ganz niedlich aus das kann man so lassen wir machen noch und jetzt nehmen wir die grundkarte kleben das einmal auf die grundkarte bei wie vielen minuten sind wir ich glaube ich kann es offen lassen weil ich eh gleich weiter klebe kleben das einmal auf die grundkarte die ich hätte etwas mehr aufhalzen können und kleben darauf jetzt wo auch immer es gelandet ist mein gestempelten meinen gestanzten rahmen man hätte über einen gelben untergrund nachdenken können dann wäre aber hier auch der hintergrund gelb gewesen das hat da hatte ich mich gegen entschieden man hätte aber auch einfach hier wiederum ein kleines fenster hinter kleben können wo man dann nur den hund gesehen hätte und dann trotzdem einen gelben rahmen ich hatte mich dagegen entschieden hat jetzt einen weißen rahmen genommen aber ich glaube gelber hätte sogar tatsächlich besser ausgesehen was dürft ihr dann besser machen nehme ich jetzt einmal meine schaumklebeband ich wollte euch auch noch irgendwas erzählen zu euren kommentaren und so weiter ich komme aber gerade nicht hinterher und ich werde der nächste zeit noch einige videos für euch drehen dann kann ich das also immer noch nachholen ich laufe euch ja glücklicherweise nicht weg da ich zurzeit ja tatsächlich drei videos die woche locker mal online stelle kann man ja auch einfach mal ein paar tage warten so und dann hatte ich mir noch überlegt weil ich mir noch nicht 100 prozent sicher bin ob ich das tatsächlich tue das werden wir gleich gemeinsam ausprobieren das ist er dass ich einen von denen vorbereiteten deutsch waren sie genannt worden heißen sie so benutze weil hier kommen so viele farben vor das ist so dankbar dieses design papier ich muss gerade einmal zu mir holen sonst kann ich es nicht mittig geben so schon mal ganz niedlich oder und ja da könnte man jetzt einen ich hatte auch schon einen rausgesucht nehmen und einen gruß da stempeln aber wisst ihr was das gefällt mir schon wieder nicht ich würde nämlich gar keinen gruß drauf bringen weil ich würde jetzt ein gruß reinbringen ich würde jetzt das ausgestanzte wo auch immer das hingesprungen ist das hier das ausgestanzte den ausgestannten wellenkreis hier drin ist er nicht mehr den könnte man nämlich jetzt sehr schön hier rein bringt auch zusammen mit denen das vielleicht gar nicht verkehrt oder so aber das ist zu schade und dann da vielleicht den gruß rein ist aber auch komisch das gefällt mir auch nicht aber ich würde jetzt nicht den hier hinsetzen sieht doch ganz komisch aus ich würde genau so lassen ich würde gar nichts gar kein schnickschnack mehr drauf oder drum machen da hätte ich vielleicht noch klebe drunter bringen können ich hätte warten können bis es trocken ist und dann war noch klebe aber das ist er steht jetzt also ein bisschen ab hat aber dadurch den 3d effekt in der schnauze ist auch gar nicht verkehrt wie gesagt ich würde jetzt vielleicht im nachhinein hier einen gelben rahmen machen weil gar kein weiß in der karte vorkommt hätte hier durchaus ein weißes fenster gemacht aber einfach so dahinter geklebt wie ich das mit diesem papier gemacht habe also die technik ist sehr sehr einfach und ich bin davon überzeugt dass ihr bestimmt irgendwelche putzigen niedlichen stempel habt die auf diese art perfekt in szene setzen könnt ich denke noch kurz darüber nach ob ich vielleicht doch ein groß so daran packen als fähnchen werden wir mal einmal kurz aus und mir das gefallen könnte wenn hier ein fähnchen dann wäre nein ich bleib dabei kärtchen bleibt so das war es von mir für heute und wenn es gut klappt nehme ich heute noch das buch video auf und stelle ist dann auch immer online bis dann tschüss